Franz, bitte komm. Franz, der Steuern macht gleich zu. Franz? Zehn Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie in einem Bergwerk arbeiten. Willkommen, zweite Tür rechts, das Wohnzimmer. Links ist die Toilette. Macht es euch gemütlich. Weiß einer von euch, wo es hier lang geht? Max geht gar nicht mehr. Gold, Gold, mein Scherz. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Na komm, na komm. Ja, hol das Dynamit. Hallo, möchten Sie auch ein Pöstchen? Irgendwo hatte ich das Dynamit doch hingelegt. Oder hat die schon Hand entzündet? Ein Glück. Ich finde nicht mehr was. Ich auch nicht. Viel Spaß noch. Der Fahrer, der Loro P54, bitte aus dem Halteverbot. Dankeschön. Hat einer meine Frau gesehen? Nein. Ich sage dich. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020